Oh Rex hinter mir! Zwei Stück! Renn! Supi, was passt denn wohl? Und was nächstes der im Vogel ist, der rennt einfach fast ohne Staminaverbrauch. Verdammt schnell. Ah, ich hab keinen Ausdauer mehr! Ja, aber einer ist auch der weg. Kommen wir, wir müssen eins bitten. Sie machen wir jetzt, komm her! Du hast so viel Leben? Wir wollen da, was soll los? Oh shit! Auf den hier! Ja, die bluten richtig stark, ne? Der ist tot! Der ist tot! Nice! Warte, komm! Pass auf! Der macht den mal lange! Ja, genau! Bleib in ihm drin! Der ist tot! Hinsetzen, hinsetzen, hinsetzen! Oh Gott, ja! Der ist tot! Der ist tot! Der ist tot! Der ist tot! Ich muss gucken! Ich muss gucken! Ich, was hab ich... Ah nein! Ding! Entlegen! Elf! Okay! Ausgeklappt! Junge! Ausgewachsene Rex getötet! Pfff! Alter Scheiß, die Mannen! Alter, ey! Nehmen wir jetzt zum Rapport! Blue ist so ruhig, das heißt, Blue hat's nicht verwischt! Ne! Blue sah ganz anders aus, von den Farben her! Äh... Oder? Blue, bist du tot? Kann sein, dass... Ah, okay! Ich dachte grad, du liegst jetzt neben mir hier! Die Blutung ist weg, Halleluja! Ey, ich glaub nicht, dass wir den hier mit einmal so...